3, 2, 1... Im Genohaus in Stuttgart sind die Sterne des Sports verliehen worden. Freuen durfte sich auch der Turnverein Nellingen aus dem Kreis Esslingen über einen kleinen Preis in Silber für die Ausrichtung eines Inklusionsschwimmfests. Den großen Preis in Silber erhielt der Deutsche Alpenverein der Sektion Karlsruhe für die Organisation eines Kletterwettbewerbs. Die Sterne des Sports in Silber werden auf Landesebene für besonders ehrenamtliches Engagement verliehen.